Ah, ja, das ergibt Sinn. Nein, erst in die andere Richtung. Ganz am Ende dann wieder. Den Schalter ganz unten drücken, dann kommt der Q-Buster raus. Wo ist der Schalter? Da. Machst du's, drehst du's dann wieder um? Ja. Jetzt bitte. Hab ihn. Yeah, das funktioniert sogar besser, wenn man... ...miteinander reden kann. Ja, kann ich jetzt hier schon raus, ja, ne? Ja, kannst du. Sollst du lieber. Sonst kommst du dann nicht mehr raus. Seitdem du drehst einfach alles wieder um. Ähm, ah, okay, jetzt, da du den Laser hast, die Teile töten, bitte. Oh ja, coole Idee. Welche Teile meint er nur? Meint er dieses Teil da hinten? Meinst du dieses Teil? Teile, die zurück töten. Ja, das tust du doch auch. Brennt, brennt, muhaa. So, ähm, oh ja. Soll ich den jetzt hier lassen oder mitnehmen? Wir brauchen die Laserbrücke. Laserbrücke, ähm... Laserbrücke? Laserbrücke war... Nichtbrücke? Eine Laserbrücke-Kombination aus dem hier. Nein. Wo war die Laserbrücke, verdammt? Wo war die Laserbrücke? Ha. That's so crazy. Ach da, die... nein. Hä? Es könnte sein, dass gleich die Internetverbindung abschmiert. Ja, wie kackt grad dein... will ich nur zur Sicherheit sagen, deswegen. Ach da war das. Noch läuft's. Ach, hä? Wo ist diese Scheiße, Mann? Beruhig, Schäfer. Also ich komm hier rein. Kannst mir nicht irgendwie... Ja, stimmt. Nein, können wir nicht. Nein, können wir nicht. Hä? Hä? Es gab... Irgendwo gab's hier noch so einen zweiten Teil. So, sowas davon. Noch einen zweiten. Ja. Davon gibt's da hinten nur noch einen. Na. Na. Ah, Lasernerven. Schieß mal, schieß mal da drauf, bitte. Nein, okay, dieser Protel geht nicht weg. Ah, so war das, okay. Dump. Okay. Geh mal rüber, geh mal rüber. Wo? Ach, hier drüben. Da ein Protel schießen. Und ja, du bräuchtest dieses Teil da. Welches Teil? Irgendwie das hier. Ja, wie soll ich denn das machen? Kannst du es doch nicht hier reinschießen. Doch, ich kann es. You see? Yay. Jetzt geh wieder raus und rein. Ja. Kannst du jetzt sagen, was ich damit machen soll, bitte? Ach, fuck. Ach so, ja, so, oder? Dann geh ich aber mein Portal weg, ja. Ja. Das ist... Das ist zu weit oben. Genau das meinte ich eben gerade. Das ist das Problem. Ich gehst noch einen dritten dann. Einen dritten. Ja, genau, einen dritten. Hier braucht man eine dritte Person, ne? Was meinst du denn? Diese Laserdinger? Oder? Ja, geh mal nochmal darauf, bitte. Geh mal nochmal rüber und schieß dein Portal und... ...dampf. Du musst rüber und dann gehst du wieder zurück. Genau. Ähm... Ah, okay. Mal sehen, ob ich da oben reinkomme. Ansonsten schießt er... ...schmeißt er auf den Ball rüber. Stimmt und sterbe dann. Nein. Ne, nur der Ball kann zurück. Lass ihn erstmal zurück. Ich komm dann wieder. Manuel zurück. Ja, ja, ist mir schon klar. Ich bleib jetzt hier so lange drin, bis der Ball erstmal secured ist. Fuck. Boom. Sehr schlau. Da ist er. Ich kann auch einfach da durchgehen, dann sind sofort beide Portale aus und dann fällt er... Ne, der fällt da nicht rein. Das ist zu weit da, du. Genau, jetzt. Lass ihn reinfallen. So, jetzt kann man hier durch. Auch noch Probleme. Uuay. Das hilft uns sehr doll. Äh, ja, das tut es sogar sehr. Ja, das hilft uns sehr. Das glaub ich dir sogar. Ne, warte mal. So. Jetzt können wir das Teil rüber nehmen. Stimmt. Jetzt haben wir hier einen Ball. Äh. Spielball. Der steckt schon wieder in dir drin. Schön buggy. Fuck, nein. Ähm. Ich behalte den Ball. Wir brauchen den Ball, ja. Ich behalte den mal. Falsch. Andersrum. Es muss einfach nur andersrum sein, ja. Jetzt geht es ganz nach unten, oder? Oh. Ja, wir müssen da drauf. Okay. Es muss getimed werden, ja. Ja, wir müssen da drauf. Achso, und dann brauchen wir noch den Laser. Den nimmst du jetzt mit, oder? Du nimmst einfach das Teil mit? Oder muss man brauchen wir meinen noch? Achso, stieß mal du deinen Portis dahin. Wo jetzt meine sind. Am besten. Da und. Da oben. Da mach ich das so. Und, ähm. Ich hab ich's. Da und. Und. Achso, okay. Okay, okay. Ja, ich schaff's wieder. Hab so. Wo hast du's jetzt hingeschossen? Ja. So, dass der Schalter aktiviert wird. Achso. Ja, okay. Und jetzt gehen wir hier rauf. Ja, ich gebe ein Bällchen mit. Du schmeißt Kubus da rein. Kubus? Der Kubus und der Ecknicher. Jetzt gehen wir beide hier rüber. Und du schießt dein Portal dahin. Und dann muss es klappen. Yay. Yay. Wir sind schmau. Spiel. Spiel. Kackt fast ab, ey. Okay, bei mir hat's überhaupt nichts gemacht. Schwarz und Seelen. Plunk. Immer noch Matsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht aus wie so ein Arqueteantrieb, ey. Bis da oben. Wenn man nach oben guckt, dann ist der Baum total... Das ist aber nur ne Belüftung. Ja? Im Single-Flare sind die Dinger doch auch da. Aber da ist halt der Fahrstuhl in der Mitte und nicht die Demontagekammer an außen. Achso, nicht da ganz oben der Mitte, sondern unsere Demontageanlage, da wo wir drinstehen, wir werden ja abgebaut, das auseinandergebrochen. Achso, das meinst du? Ja, stimmt. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Raketenantrieb. Bei dir ist er blau, bei mir ist er orange. Welche Farbe passt da wohl besser? Gelb. Rot. Boah, das ist schön hier. Hier könnte man super, äh, was bauen. Oh ja, sie haben sogar was gebaut. Zwei Knöpfe. Ah, geh mir aus dem Weg. Ach. Da, wer kennt... Woher kennen wir dieses... Das ist ein Aufbau nur. Willst du da reingehen? Oder soll ich das machen? Warum ist hier so eine ganz kleine Lücke drin? Ja. Blählählählähläh. Diep, diep. 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 Du sollst das warten. Das macht aber zu viel Spaß. Ja, ich weiß aber, trotzdem sollst du das warten. Ahm, okay, jetzt kann ich das wegdrehen. Jetzt kannst du hier... rüber. Wohin komme ich denn da? Achso, ah, okay, ich verstehe schon. Nee, nee, ich wollte nur gucken, wo ich rauskomme. Oh, das ist ja cool. Das tut richtig. Ups, sorry. Ich bin schön gemein, ne? Warte, oh, fällt. Vorteile. Ah. Neum. So, okay. Ähm. Number one... Du warst das Blower Gel, glaube ich, war das? Dass du das Blower Gel brauchst. Oh nee, du brauchst das Orangene, glaube ich. Gib mir das Orangene Gel, wie willst du das mir... Oh, cool, du kannst es hier reinschmeißen. Hm. Ah, nichts anquitschen. Naja. Ich wollte noch was gucken. Kannst du das Gelb irgendwie unter... Achso, ja, da. Da im Portal hinschießen, sodass du das blaue Gel hast. Damit du drauf springen kannst. Ja, und? Wie soll ich das machen? Hm, Portal anschießen. Dein Rotes am besten, aber schieß dein Rotes da oben hin. Okay, das ist nicht einfach. Achso, du kannst es da rein katapultieren. Kannst du rüberspringen damit? Ne, mit dem, oder? Doch, mit dem Fuzzel kann ich schon hier hinspringen. Okay. Jetzt hast du den Kubus, denke ich. Oder Schalter. Der Kubus fällt da ans fast nichts, dann musst du deinen Portal aktivieren. Das hat... Ja, jetzt ist er weggefallen. Hm. Komm, der jetzt... Der kann hier nicht mit reinfallen, nur mal so. Ja, ist schon besser. Boah, Kubus. Bdubdubdu, was mache ich denn jetzt noch? Achso, jetzt brauche ich wahrscheinlich da drüben... Jetzt brauchst du so andere Stuff. Nein, da brauchst du andere Stuff. Stimmt, hier auf der ganzen, ganzen Linie, hm? Ja. Und wo muss ich denn hin? Ah, ah, ich verstehe schon. Okay. Immer das Orangene hier hin. Ich glaube, das müsste... Ja, jetzt, jetzt, dann einfach... Nee, ja, war das nicht so, dass ich jetzt dahin... Ähm, sorry, blaues muss da oben hin. Blaues muss da oben hin. Da ist aber schon blaues, deswegen müsste es eigentlich auch so klappen. Warum machst du jetzt da auch ein Schnitz hin? Jetzt ist es verkackt. Ah, jetzt, da kommt noch blau. Okay. Jetzt springen einfach. Ja, ja, ja. So, so. Wieso, warum bist du so in Eile? Achso, du brauchst außerdem Kubus. Oh, wie krieg ich den denn? Oder? Ja, irgendwie schon. Ja, warte mal, da muss doch irgendwo ein Schalter gewesen sein. Ne, hier ist ein Schalter, stimmt, ja. Und auch, das Ding. Gib mir den Kubus. Wie mach ich das? Ich bleibe nicht wieder alles mit dem blauen Zeug voll. Achso, ähm. Du kannst ihn, kannst du ihn mir nicht geben? Achso, jetzt geht's wieder hin. Achso, bleib drauf. Ja. Ich überlege drauf, was du machst, deswegen. Ich bin verwirrt. Ja. Okay, das reicht. So. Ich nehme mich den jetzt mit. Hier und da im Portal. Ja, du musst, du musst das Ding schon runter machen. Ja. Hau mich doch mal. Du kannst. Aua. Warum muss das jetzt hin? Äh. Kannst du dahin strahlen, irgendwie? Strahlen, jo. Strahlen kann ich dahin. Okay, dann. Wo auch immer das hingeht. Ich guck mal, was du da machst. Ah, okay. Cool. Und du kannst zurückkommen. Wenn du willst. Oh, das ist cool, wenn ich durch das Portal gucke, lege. Du kannst zurückkommen. Du kannst wiederkommen. Wie komm ich nur zurück? Einfach sterben. Poli so leicht macht es mir nicht stört er wie kann man ja auch auch abgünftig ist für das Geld also so mehr durchs die ist es ist ein Schicksal gegen das Unruhe und sie haben sehr lang schafft man Ahn, danke für Rink, ja, nicht sehr freundlich, ja. Jetzt kommt die letzte, oder? Schnell, tötest, tötest mit Feuer! Moment, was, töten mit Feuer? Keine Ahnung. Das habe ich ja mal gehört, Alter, das finde ich witzig. Ja, aber das passt überhaupt nicht zu Robertern, ne? Du verwirrst mich. Ich weiß. Ach ja, tötet, tötet, oleg. Oleg. Holyleg. Holyleg, ich habe ein Standbild, oh, jetzt, ja. Ich müsste gleich weitergehen. Oleg, mein Name, wir können schon auf. Oleg. Oh ja. Oh ja, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Das ist keysplon. Oh, jetzt, jetzt, die Räume sehen schön aus. Oh. Das war nicht schwer. das ist ja auch kann man was 9 ich gehe mal rüber immer da auf den Schalter auf den Schalter? ah, ich versteh schon tschuun tschuun plump tadaa da kommt das gelbe G raus ist das nicht orange und das ist blau eigentlich? hm, warte mal Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wie ging das? Oh Gott. Ich hoffe, diese Kammer. Oh nein, ich will nicht springen. Das Einzige, was das hier macht, ist dieses Teil umdrehen. Ach so, ja, hier. Hier muss das blaue Gel hin. Hier runter. Dann springt der Block oben hin und her und macht das Glas kaputt. So wie im Singleplayer.